Feuerwehrhöhne gesucht! Liebe Freunde, liebe Kameraden, ihr seid dran. Ich brauche eure Hilfe und ich weiß, auf euch ist Verlass, wenn es um Hilfe geht. Jede Stimme zählt am Freitag, 13. März. Wird entschieden, wer im Wettbewerb Feuerwehrhöhne gesucht. Und weiterkommt mein Titel, Wir sind da, den ich für euch geschrieben habe, der ist dabei. Unter www.feuerwehrmagazin.de findet ihr das Voting und ich zähle auf jede Stimme von euch. Ich danke euch!